Wie heißt eigentlich das Fettgewebe um die Vagina? Frau, warum werden die gespendeten Medikamente von Afrika wieder zurückgeschickt? Weil auf der Verpackung steht, nach dem Essen einnehmen. Wie heißt eigentlich das Lieblingslied von Hirntoten? Warum isst man in Afrika keine Knoppers? Weil Knoppers nur was für den kleinen Hunger isst. Was ist der Unterschied zwischen einem Uhrwerk und deinem Chef? Das Uhrwerk läuft immer rund. Welche Schlange hat keine Zähne? Die vor der Essensausgabe im Altersheim. Sie sind ein echter Glückspilz, sagte die hübsche Julia zu ihrem Vermieter. Ich kann leider schon wieder nicht die Miete bezahlen. Wird der nächste Winter männlich oder weiblich? Wie meinst du das? Naja, wird er männlich, wird er lang und hart, wird er weiblich, wird er kurz und feucht. Eine Frau im Krankenhaus steht vor einer kritischen Operation und sagt kurz vor der Narkose zum Chirurgen, ich habe solche Angst. Darauf antwortet der Arzt, sie brauchen keine Angst haben. Ich hab die Operation schon 30 Mal gemacht, irgendwann muss es ja klappen. Woran erkennt man eine gute Hausfrau? Naja, sie saugt auch noch nach getaner Arbeit. Das ist ja, sie saugt auch noch nach getaner Arbeit.